hallo hier ist martin von mannemankees dass die dachsanalyse für nun montag den 13.12.2023 und damit geht es langsam auch richtung weihnachten immer näher und deswegen ist es schon erstaunlich dass unser dachs hier noch so kleine scheiße der feiert sich ne feiert sich hier weil er wirklich mal durchzieht das sieht man relativ selten im dezember kann ich mich nicht oft daran entsinnen dass wir aus dem dezember aus dem november direkt gleich durch den ganzen dezember mit durchgerannt sind in der regel kam immer so richtung dezember mitte immer noch mal ein bisschen schwäche rein wenn alle so jahres-end-relais angefeiert haben und dann ging es eigentlich erst meistens so ab 15 16 wieder los dass er ein bisschen gestiegen ist momentan kann ich mir gar nicht vorstellen dass er überhaupt noch mal schwäche rein bringt der sammelt hier ja auch weiterhin schwarz auf wobei man schon sagen muss dass sie langsam die leute ein bisschen mutiger werden auch intradict long zoom ich glaube viele wurden jetzt auch schon rausgeräumt auf den shorts die werden jetzt auch langsam aktiver auf der long seite deswegen bin ich sehr gespannt wie der sich hier noch jetzt die letzten meter schlägt wie kommen wir jetzt hier langsam wirklich auch in die wichtigen entscheidungsbereiche hat mir gestern auch gesagt gerade so ab 16 800 bis im weitesten 17 200 das ist ja so dieser große bereich wo wir immer gesagt haben da liegen die ganzen chaos da könnt ihr vielleicht noch mal rein dippen und dann umdrehen aber ich will euch auch nicht viel hoffnung machen kann wirklich sein der der rennt sich da einfach zwei wochen erst mal fest zur seite und bleibt immer auf dem niveau bis jahres ende ja da will ich nicht zu viel hoffnung machen wenn man hört immer von vielen so der hat jetzt viel fallhöhe und so der wird jetzt richtig nach unten knallen meist ist es dann doch eher dass der markt erstmal seitwärts auf sowas reagiert dann nach der seitwärtsphase entscheidet ob er dann noch mal runter macht oder hoch vom reinen bewegungs spektrum wenn wir zu uns zurück erinnern an die analyse von vor zwei analysen da bin ich noch mal darauf eingegangen auf dieses wenn dann verständnis um das ein bisschen zu schärfen um die klarheit zu schaffen wenn der martin darüber redet was passiert wenn der markt unter 16 5 95 geht was passiert wenn er über 16 6 70 geht und man das mit berücksichtigt haben wir uns am freitag viel zeit dafür genommen zu besprechen was unten raus passieren kann mit 5 30 und so weiter und so fort haben auch gesagt er wird wahrscheinlich ihren tag dann auch durchfallen oder zumindest ist da unten raus ein bisschen mehr machen gar kein turn around nach oben hinkriegen wenn er denn nach unten zieht aber das hat er gar nicht getan ist einfach nur über die 6 70 geschoben und im falle eines überschreitens von 6 70 haben gesagt hat der platz bis in den 800er bereich und den hat er erreicht wir sind jetzt an 800 ja und ich habe euch hier mal versucht um zwei stunden chart noch ein paar marken mit reinzusetzen die jetzt hier als nächstes dann dran sind gut ich mal hier ein bisschen weiter hoch also wir haben jetzt die 800 820 eigentlich die zone 800 820 für den montag jetzt hier direkt vor der brust und dann kommt natürlich schon ein größeres größeres loch bis hin zur 69 17.000 also das könnte unser dax theoretisch am montag angehen wenn er sich oberhalb von 800 820 etabliert bekommt wie gesagt ich bin gespannt ob er noch so ein zug drauf gehen kann wir sind jetzt da oben in der in der ko zone und ich weiß nicht ob die leute die jetzt short rausgehauen werden ob die direkt wieder neu short kaufen weil das ist immer so diese knackpunkt frage die den markt ja weiter treibt wenn die leute die jetzt alle hier short rausfliegen einen neuen short kaufen dann kann er weiter steigen also zumindest sieht man das sehr oft es ist ja nicht so dass die privaten lecker hier den markt beeinflussen aber die man hat instinktiv ist man schon so gewickelt dass man eigentlich immer falsch liegt ja das werden viele von euch kennen die gehen long und der mark fällt die gehen short und der markt steigt das ist einfach instinktiv funktioniert das so weil es gibt nur ein weg wie ich an der börse das geld von ich sag mal 100 leuten auf einen übertragen kann ich muss den markt so bewegen lassen sich bewegen lassen dass die 100 leute eigentlich genau das gleiche denken oder nahezu alle fast das gleiche denken außer der eine der halt entgegengesetzt handelt und dann wird das geld von den vielen rüber transferiert und deswegen ist das sehr häufig zu sehen ich sag dazu immer instinktiver handel ja dass die der markt eigentlich das gegentipp von den leuten macht halt zumindest von der menge und deswegen gucke ich mir die immer sehr gerne an betrachtet die mit und oft ist es sehr hilfreich muss man schon sagen und ich glaube das habt ihr auch so mitgekriegt was würde ich aber sagen wenn die natürlich jetzt hier alle von short of long wechseln wo ich zum momentan ehrlich gesagt eher das gefühl habe dass viele die sich jetzt auch aus dem short lager verabschieden dann eher optimistisch auf der long seite werden dass sie noch ein paar punkte mit rausgerissen kriegen umso eher wird er sich jetzt hier oben irgendwo verbarrikadieren und zum bremsen kommen wir hätten dafür jetzt von oben kommt im bereich um 7 25 und 6 70 gute unterstützung na beide sind relativ gut gehärtet das heißt wenn der montag ein bisschen nach unten trudeln sollte könnte von 7 25 oder von 6 70 dann auch schon wieder aufdrehen noch mal an die 800 schieben das wäre für die unterseite wichtig kritisch auf der unterseite wäre tatsächlich erst zu unterhalb von 6 40 wegen hoch tief wechsel und so weiter alles was darüber ist wäre jetzt erstmal noch im aufwärts trend aufwärts und weiter positiv zu werden ziele sind dabei dann hier nach wie vor 800 820 und sogar bis hoch in die 69 17.000 die dann erreicht werden kann ja und dann wäre einmal durch dieses ganze k.o. pflaster durchgerannt und dann lassen kurz über die 17.000 schließen schöne bildschlagzeile setzen der dax so gut wie noch nie deutsche wirtschaft zuversicht der börse in die deutsche wirtschaft so hoch wie noch nie umfragewerte der politik steigen keine ahnung irgendwelchen schmotter kann man dann da schreiben und dann kann er von dort erstmal ein bisschen zur ruhe kommen und und zurückgehen ich sag's aber weiterhin ich persönlich gehe hier nicht schorbe vor nicht die ersten roten tagesherzen kommen also mindestens eine möchte ich mal sehen solange das nicht ist wird der intraday einfach weiter lang gehandelt weil das warum soll man die punkte verschenken halt bevor sie sich anders holen andere holen dann kann man sich die selber noch holen und wie gesagt wir haben wir jetzt die 820 800 davor dann 69 und dann ist das nächste bei 17 1 20 glaube das zum montag nicht erreichbar aber so 900 bereich mal einzuschnuppern 69 vielleicht sogar anzurennen wenn er gut reinkommt vielleicht sogar ein aufwärts gibt macht was er stehen lässt das natürlich immer so dass er der super tod bringer na können exhorstic gab stellen oben mache ich die store schrotzen die ganzen shorts raushauen richtigen spike einstellen wieder zurück wandern und dann auf der 16.800 bis jahresende liegen bleiben das wäre eigentlich fast dax in perfektion ja also so das wäre als dass so was haben wir schon von ihm oft gesehen in anderen situationen würde ich ihm gut zutrauen und deswegen solange wir jetzt nichts anderes sehen also anderes heißt er müsste unter 640 zurückfallen am montag solange wir nichts anderes sehen würde ich erstmal so was noch einplan hier oben raus ein paar punkte geben und ich denke damit dass man für den montag erstmal ganz gut aufgehoben und deswegen mache ich jetzt hier zu drückt euch die daumen für den montag wünsche gutes gelegen viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss